Lieber Herr Blomstedt, alle Musiker des BR-Synfonieorchesters gratulieren Ihnen heute von Herzen zu Ihrem 90. Geburtstag und senden Ihnen die besten Grüße aus München. Wir schätzen uns sehr glücklich, über so viele Jahre mit Ihnen musikalisch derart eng zusammengewachsen zu sein. Ihr Umgang mit der Musik, Ihre innige Hingabe und Liebe zur Musik sind für uns jedes Mal vorbildlich und Ihre Lebensenergie ist jedes Mal atemberaubend und für uns beflügelnd. Und wie einer Ihrer Landsmenien, Pippi Langstrumpf, mal gesagt hat, die Welt ist voller Sachen und es ist wirklich wichtig, dass jemand Sie findet. Lieber Herr Blomstedt, Sie sind einer, der immer auf der Suche ist und Sie sind einer der wenigen, der immer findet. Ja, und heute stoßen wir nicht in unserem Sinne auf Sie an mit einem Glas Sekt, sondern ganz in Ihrem Sinne mit einem Glas Milch. Herzlichen Dank, lieber Herr Blomstedt, für viele tolle Konzerte und seien Sie heute mal nicht zu bescheiden, sondern lassen Sie sich feiern. Sie haben unglaublich viele Menschen mit Ihrem Blick und Ihrer Art auf die Musik glücklich gemacht. Alles Gute, Herr Blomstedt. Eine Freude, vielen Dank. Peace, Morgan. Peace, Morgan.